In unserer Sendereihe »Audi Max – Das Kontrafunkkolleg« hören Sie heute einen Essay des Soziologen Dr. Friedrich Pohlmann zum Thema »Individuelles und kollektives Erinnern« über die Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses. Dass wir oft unangenehme Erfahrungen zu verdrängen trachten, ist ein beliebter Topos und eine Jedermannserfahrung. Unangenehme Erfahrungen erzeugen negative Erinnerungen, die uns manchmal auch ganz ungerufen belästigen. Und als Schutz gegen solche ungebetenen Überraschungsgäste mobilisiert unsere Psyche dann bestimmte Strategien zur emotionalen Entschärfung des Unangenehmen. Das in der Alltagssprache heimisch gewordene Wortbild von der Verdrängung soll eine solche Strategie bezeichnen, obwohl dessen Sinngehalt eigentlich gängigen Selbsterfahrungen des Erwachsenen nicht vollauf entspricht. Denn das Abdrängen bedrängender Erinnerungen an negativ getönte Erlebnisse, an den Rand oder unter die Schwelle unseres Bewusstseins, der Wunsch ihrer Beförderung in den heilsamen Orkus des Vergessens, gelingt uns doch eigentlich kaum jemals vollständig. Irgendwelche Erinnerungsspuren bleiben normalerweise erhalten. Eher ist es eine auch von der Forschung experimentell bestätigte Alltagsweisheit, dass ein forciert bewusstes Vergessenwollen unliebsamer Erinnerungen das paradoxe Ergebnis ihrer Akzentuierung im Bewusstsein zeitigt. Tatsächlich zielt das Wort Verdrängung auch zumeist eher auf einen innerpsychischen Vorgang der Umdeutung von Ereignissen, der sie in der Erinnerung nicht verschwinden lässt, ihnen aber doch ihre potenziell verletzenden Stacheln nimmt. Der in der Psychologie prominent gewordene Begriff der kognitiven Dissonanzreduktion bezeichnet den wohl typischsten Prozess derartiger Umdeutungen. Es gibt vielfältige Formen der Dissonanzreduktion, Aber den meisten von uns sind doch Beschönigungen biografischer Ereignisse, nicht nur vor anderen, auch vor uns selbst wohl vertraut. Wir pflegen Handlungen oder Widerfarnisse, die in eklatantem Widerspruch zu unserem Selbstbild stehen und deshalb mit Scham, Peinlichkeits- und Versagensgefühlen assoziiert sind, so umzudeuten, dass sie ihren Charakter eines bedrohlichen Angriffs auf unser Selbstwertgefühl verlieren. Freilich, obwohl die psychischen Mechanismen derartiger Umdeutungen gewöhnlich eher untergründig ihr Werk verrichten, sind wir uns doch meistens, wenn wir in uns gehen, sehr wohl unserer kleinen und größeren Hochstapeleien vor anderen und uns selbst bewusst. Die Umdeutung belastender Ereignisse impliziert, wenn es nicht um Kindheitserlebnisse geht, kein Vergessen ihres Kerns. Nun gab es allerdings in der jüngeren Vergangenheit die weit verbreitete, bis in Teile der fachwissenschaftlichen Öffentlichkeit hineinreichende Annahme, dass bei einer Gruppe von Erlebnissen die Verdrängung sehr wohl deren vollständige Auslöschung aus dem erinnernden Bewusstsein bewirken könne. Bei traumatischen Erlebnissen nämlich insbesondere Fällen von sexuellem Missbrauch. Dabei wurde allerdings die Auslöschung des traumatischen Erlebnisses aus dem Bewusstsein, keineswegs als dessen komplettes Vergessen verstanden. Das Gedächtnis, so die These, bewahre eine Kopie des Ereignisses getreulich auf, allerdings nicht der dem Bewusstsein zugängliche Teil des Gedächtnisses, sondern seine unbewussten Regionen. In dessen Tiefen liege sie eingekapselt begraben, unerreichbar dem bewussten Ich, dem es gleichwohl durch beständige unterirdische Attacken schwere Schädigungen zufüge. Es gäbe aber therapeutische Techniken wie beispielsweise die freie Assoziation, die die ins unterbewusste versenkten Erinnerungslasten freizulegen und in einen Bestandteil bewussten Erinnerns umzuwandeln vermöchten. Was als vergessene Filmrolle im Kellerarchiv des Gedächtnisses gelagert habe, könne also nach gewissen Rekonstruktionsarbeiten in der Therapie wieder in den Projektor eingelegt werden und der abgespulte Film präsentiere dann dem Einzelnen einen Teil seiner Vergangenheit so, wie sie wirklich war. Tatsächlich knüpfen solche metapherngesättigten Thesen über den Verlust und die Wiedererlangung von Erinnerungen, also über die Verdrängung und ihre Aufhebung an Grundgedanken der freudschen Psychoanalyse an, aber gesellschaftliche Brisanz erlangten sie in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts auch deswegen, weil sie in den Händen gewisser Alternativpsychologen mit feministischen Zeitgeistmythologemen aufgeladen wurden. Im Feminismus war seinerzeit die Behauptung des massenhaften sexuellen Missbrauchs von Mädchen durch enge Verwandte, insbesondere die Väter, zu einer Anklagemode geworden, die vor allem in den USA aggressiv verbreitet wurde und bis in die Gegenwart nachwirkt. So führte ein feministischer Opferkult im Zusammenhang mit den skizzierten Vorstellungen über die Aufhebung von Verdrängungen dazu, dass in den USA viele junge Frauen in ihren Therapien den sexuellen Missbrauch durch nahe Verwandte wieder zu erinnern meinten und ein Entrüstungspotenzial aufhäuften, das die Medien begierig aufgriffen. Es war kein Wunder, dass in dieser Zeitgeistatmosphäre das wiedererinnerte Opfersein nicht nur zu Moralattacken genutzt wurde, sondern auch zu gerichtlichen Anklagen gegen die wiedererinnerten Täter. So gab es im Gefolge therapeutisch wiedererlangte Erinnerungen eine Vielzahl von Gerichtsverfahren von Töchtern gegen ihre Väter, von denen dasjenige gegen Paul Ingram im Jahre 1988 am bekanntesten geworden ist. Den zwei Töchtern des gläubigen Christen Paul Ingram war während einer religiösen Freizeit, in der Sünden aufgearbeitet und dunkle Flecken in der Vergangenheit ausgeleuchtet wurden, wieder ins Bewusstsein emporgestiegen, dass sie vor Jahren von ihrem Vater missbraucht worden seien. Der Angeklagte stritt anfangs alle diese Anschuldigungen vehement ab, bis auch ihm nach aufreibenden Verhören seine Untaten als innere Bilder wieder gewärtig wurden. Er gestand und musste, wie auch andere aufgrund von Wiedererinnerungen ihrer Töchter verurteilte Väter, eine jahrelange Gefängnisstrafe verbüßen. Von verdrängten und wiedererinnerten traumatischen Opfererfahrungen einer anderen Art handelt der Fall des Schweizer Klarinettenlehrers Bruno Dössiker. Während in den Fällen sexuellen Missbrauchs typischerweise weibliche Opfererinnerungen verhandelt wurden, ging es bei Dössiker um Traumata einer anderen Art, die aber mit einem ähnlich aufnahmebegierigen Medienpublikum rechnen konnten. Dössiker, der in einer Pflegefamilie aufgewachsen war und sehr früh begonnen hatte, mit empathischer Leidenschaftlichkeit Erinnerungsliteratur von Konzentrationslagerinsassen zu verschlingen, war nämlich während eines Polenbesuchs im Jahre 1972, der ihn unter anderem nach Auschwitz geführt hatte, auf bislang tief vergrabene Erinnerungen gestoßen, die ihm mehr und mehr unzweifelhaft erschienen ließen, dass er in Wahrheit jüdischer Abstammung sei und Benjamin Wilkomirski heiße. Er sei in Südpolen geboren und in seiner frühen Kindheit nach Ermordung der Eltern ins Konzentrationslager deportiert worden. Im Jahre 1948 habe man ihn mit einem Kindertransport in die Schweiz verbracht und dort sei er bei seiner Pflegefamilie untergekommen. Die Wiedererinnerungen seiner verschütteten Kindheitserfahrungen erlebte Wilkomirski in Sequenzen ihrerseits traumatischer Flashbacks. Meine frühesten Erinnerungen, so Wilkomirski, gleichen einem Trümmerfeld einzelner Bilder und Abläufe, Brocken des Erinnerns mit harten, messerscharfen Konturen, die noch heute kaum ohne Verletzung zu berühren sind. Wilkomirski's Niederschrift seiner selbstverletzenden Erinnerungsfetzen wurde 1995 unter dem Titel Bruchstücke veröffentlicht, einem erschütternden Werk, dessen Sprachstil wie eine gelungene Adaption an die Inkohärenz der im Autor empordrängenden inneren Bilder erscheint, die ihm sein wahres Selbst offenbarten. Die literarische Kritik wertete diesen Stil als Authentizitätsnachweis und euphorische Rezensionen, die das Werk in einer Reihe mit den Erinnerungen Paul Celans und Primo Levis stellten, trugen dazu bei, dass es zu einem mehrfach ausgezeichneten Bestseller wurde. Die Wiedererinnerungen der Töchter Paul Ingrams und die Benjamin Wilkomirski's sind ganz offensichtlich anderer Art als diejenigen Marcel Prousts, für denen eine Geruchswahrnehmung zum Auslöser sehnsuchtsvoller Assoziativketten von Kindheitsbildern wurde oder als die wehmütigen, tagtraumartigen Jugendbilder, die dem alternden Goethe in seiner Zueignung zu Beginn des Faust wieder in den Sinn kamen. Prousts und Goethes Erinnerungen sind subtile Bilder von introvertierter Individualität, während es in den Fällen Ingram und Wilkomirski um verdrängte traumatische Opfererlebnisse geht, die trotz aller Exklusivität doch durchaus Typisches zur Sprache bringen wollen. Typische Erfahrungen großer Kollektive, der Frauen im einen und von Opfergruppen des Nationalsozialismus im anderen Fall, wie sie in den Medien immer wieder dargestellt wurden und werden. Mit anderen Worten, was in den individuellen Gedächtnissen der Töchter Ingrams und bei Wilkomirski wieder aufgedeckt wurde, will gleichzeitig Merkmale eines überindividuellen Wissens bezeichnen, für das man auch den Begriff des kollektiven Gedächtnisses geprägt hat. Eines Erfahrungsfundus großer Menschengruppen, aus dem sie ihr Wir-Bild beziehen. Die Fälle Ingram und Wilkomirski konnten nur deswegen derart publizitätswirksam werden, weil in ihnen eine Konkurrenz individueller mit typischen Kollektiverinnerungen hervorzutreten schien. Nun wurden freilich schon früh Zweifel an der Zuverlässigkeit derartiger Wiedererinnerungen laut. Die bekannte Sozialpsychologin Elisabeth Loftus, die durch ihre Erforschung unwillentlich falscher Zeugenaussagen bekannt geworden war, war von ihrer gänzlichen Unhaltbarkeit überzeugt und entwarf deshalb Anfang der 90er Jahre ein berühmt gewordenes Experiment, das genauer die Wege der Implantierung falscher Erinnerungen solcher, die objektiv falsch sind, aber subjektiv für wahr gehalten werden, aufdecken wollte. Im Experiment wurden den Versuchsteilnehmern vier Erlebnisse aus ihrer Kindheit präsentiert, zu denen sie ihre Erinnerungen schildern sollten. Drei dieser Erlebnisberichte, die mithilfe anderer Familienmitglieder entworfen worden waren, beruhten auf tatsächlichen Begebenheiten, während eine frei erfunden war. Sie handelte davon, wie der Versuchsteilnehmer als fünf- oder sechsjähriges Kind angeblich in einem Einkaufszentrum verloren gegangen war, handelte also von einer tendenziell traumatischen Kindheitserfahrung von Verlust und Hilflosem ausgeliefert sein. Das erste interessante Versuchsergebnis war, dass sich tatsächlich circa ein Drittel der Versuchsteilnehmer an dieses Kindheitsereignis erinnerte, ihr Gedächtnis also eine falsche Erinnerung produzierte. Aber noch verblüffender war, was dann in der Folge mit dieser falschen Erinnerung geschah. Nachdem das Samenkorn der falschen Erinnerung eingepflanzt worden war, erinnerten die Versuchsteilnehmer, die in gewissen Zeitabständen zu weiteren Erinnerungsschilderungen gebeten wurden, von Mal zu Mal mehr Details des Ereignisses. Aus dem Samenkorn waren Assoziationsketten weiterer falscher Erinnerungen ersprossen, die sich zu Geschichten zusammenfügten, deren Einzelheiten zwar Sinn machten, aber in dem implantierten ursprünglichen Sinnmaterial in keiner Weise enthalten waren. Offensichtlich hatte die intensive gedankliche Beschäftigung mit einer fiktiven Erfahrung diese Fiktion der Vorstellungskraft so vertraut gemacht, dass an ihrer Wahrheit gar nicht mehr gezweifelt wurde. Und in eins mit diesem Zur-Wahrheit-Werden einer Fiktion entstand im Zuge passender Assoziationen eine subjektiv sinnvolle Geschichte, die die Fiktion umschloss und ihr Halt gab. Eine Form, die sich dem Gedächtnis eingraviert hatte, leicht abrufbar war und sich mit jeder Wiedererinnerung bestätigte und vertiefte. Auch die angeblich in Therapien aus ihrer Verdrängung befreiten traumatischen Erinnerungen an Missbrauchserfahrungen à la Ingram waren für Loftus falsche Erinnerungen, Produkte der Suggestion durch ideologisch voreingenommene Therapeuten, mittels derer sich banale psychische Verletzungen ihrer weiblichen Klienten in dramatische, zweifelsfrei für wahr gehaltene Geschichten verwandelten, die der Person eine fest umrissene Identität geben, die des Opfers. Sie waren also, um das Modewort zu benutzen, Konstrukte fehlgeleiteter Therapeut-Patient- Interaktionen, Fantasieerzeugnisse ohne jeglichen Wirklichkeitsbezug. Es gibt aber nicht nur falsche Opfererinnerungen. Loftus gelang in einem Quasi-Experiment sogar der Nachweis, dass auch die Implantierung falscher Erinnerungen möglich ist, in denen es um Täterschaft geht. Sie ließ den verurteilten Paul Ingram, der ja seine angeblichen Verbrechen nach erschöpfenden Polizeiverhören gestanden hatte, im Gefängnis durch einen Kollegen besuchen, der ihm eröffnete, man habe Beweise für eine weitere bisher unentdeckte Untat. Nach deren Schilderung einer frei erfundenen Geschichte konnte sich Ingram zunächst zwar an nichts erinnern, bekannte sich aber am nächsten Tag zu seiner Täterschaft mit einer ausgespückten Version der ihm erzählten Geschichte. Dem Gericht reichte das allerdings nicht als Unschuldsbeweis, Ingram musste noch lange Jahre hinter Gittern für die falschen Erinnerungen seiner Töchter und seiner eigenen Büßen. Übrigens waren auch die Selbsterinnerungen Benjamin Wilkomierskys falsche Erinnerungen. Wilkomierski, der die Lesungen seiner Bruchstücke durch seinen Lektor auf seiner Klarinette mit traurig wehmütigen Kletzmer Weisen zum Rahmen pflegte, war, wie die im Literaturbetrieb nur sehr widerstrebend aufgenommene zweifelsfreie Aufdeckung seiner wahren Herkunft ergab, gar kein jüdisches KZ-Opfer, also auch nicht Wilkomierski. Aber offensichtlich war er auch kein banaler Betrüger oder Hochstapler, den unlautere Motive zur Teilnahme am Wettrennen um einen Spitzenplatz auf der Nazi-Opferliste gedrängt hatten. Er war wohl eher ein Mensch mit problematischer Persönlichkeitsstruktur, der im Zuge seiner langjährigen obsessiven Beschäftigung mit Konzentrationslager Literatur in Prozessen der Selbstsuggestion mehr und mehr mit einer neuen Identität und den entsprechenden Erinnerungen verwachsen war. Die endgültige Selbstbeglaubigung dieser neuen Identität geschah dann wohl durch die Niederschrift seiner Bruchstücke, die seinen Erinnerungsfiktionen eine fixierte, externalisierte Form verschärfte. Elisabeth Loftus jedenfalls zog aus ihren Forschungen zu Extremfällen falscher Erinnerungen à la Ingram oder Wilkomierski nicht nur den Schluss, dass etliche der im feministischen Opferdiskurs als uneinzweifelbare Wahrheiten gehandelten Thesen ganz unglaubwürdige Ideologeme seien, wofür sie von politisch korrekter Seite in erwartbar persönlichkeitsverletzender Weise attackiert wurde, sondern, dass man auch das psychologische Konzept der Verdrängung in seiner auf Freud zurückgehenden Form endgültig ad acta legen solle. Es gebe nicht den geringsten Beweis für einen psychischen oder hirnphysiologischen Verdrängungsmechanismus, der die Erinnerungen an traumatische Erfahrungen aus dem Bewusstsein vollständig zu löschen vermöchte und sie in unbewusste Regionen verbannte, aus denen sie dann nur therapeutische, freie Assoziationen oder Flashbacks aufgrund spezifischer Auslösereize zu befreien vermöchten. Viel typischer als eine irgendwie geartete Verdrängung sei für viele Trauma-Opfer die geradezu obsessive Beschäftigung mit ihren traumatischen Erlebnissen. Nun ist aber unbestreitbar, dass es die kindliche Amnesie gibt, das vollständige Vergessen früher Kindheitserlebnisse. Die freudsche Annahme allerdings, dass sie durch Verdrängung entweder traumatischer Erfahrungen oder als ungehörig zensierter Sexualwünsche zustande gekommen sei, spielt in der modernen psychologischen und neurologischen Forschung keine Rolle mehr. Diese Forschung ist in den letzten Jahrzehnten zu faszinierenden neuen Einsichten in die Struktur und Entwicklung unseres Gedächtnisses gelangt, die vollkommen andere Deutungen nahelegen. Um zu einem besseren Verständnis unseres Erinnerns zu gelangen, sollen zunächst einige dieser Einsichten grob skizziert werden. Zwei Grundgedanken müssen dabei an die Spitze gestellt werden. Dass erstens die Rede von dem Gedächtnis eine unzulässige Verkürzung darstellt. Im entwickelten Gedächtnis sind unterschiedliche Untersysteme zusammengeschlossen, die für ganz divergente Formen des Erinnerns zuständig sind. Und dass sich zweitens diese multiplen Gedächtnissysteme in der Ontogenese in einer angebbaren Stufenfolge erst emporbilden, also nicht von vornherein vorhanden sind. Höchste Form unseres Gedächtnisses ist das episodische oder autobiografische Gedächtnis, das seinerseits erst Produkt eines langen bis ins frühe erwachsenen Alter hineinreichenden Entwicklungsprozesses ist. Die frühsten Formen autobiografischen Erinnerns beginnen erst ab etwa dem dritten Lebensjahr im Zusammenhang mit den ersten Rudimenten dieses Gedächtnistyps und sind davor noch unmöglich. So ist die frühkindliche Amnesie kein Produkt von Verdrängungen, sondern ganz banal Folge eines noch ganz unfertigen Gedächtnissystems. Für eine differenzierte Betrachtung unserer Erinnerungsleistungen sind zunächst einige kurze Hinweise auf Grundkategorien der modernen Gedächtnisforschung ratsam. Man analysiert dort Gedächtnisleistungen wesentlich mittels dreier kategorialer Dimensionen. Erstens einer zeitlichen, zweitens einer funktionalen und drittens einer am Gegensatzpaar explizit implizit orientierten. Die zeitliche Ebene betrifft die Unterscheidung zwischen einem Ultrakurzzeit, Kurzzeit und einem Langzeitgedächtnis. Während das Ultrakurzzeitgedächtnis im Bereich von Millisekunden operiert, bleibt das Kurzzeitgedächtnis bis auf wenige Minuten aktiv. Es vermag sogar visuelle Wahrnehmungen zu speichern, die wegen der Schnelligkeit ihres Auftauchens und Verschwindens nicht das Bewusstsein erreichen, auf die wir aber trotzdem emotional reagieren. Eine Kompetenz, die man experimentell getestet hat und die sich die Werbung zunutze gemacht hat, indem sie beispielsweise blitzartig erscheinende Firmenlogos in Spielfilme hineingeschmuggelt hat. Für die Einspeicherung ins Langzeitgedächtnis sind Prozesse gerichteter Aufmerksamkeit notwendig, ansonsten gehen Kurzzeitinformationen verloren und dieses Vergessen ist ein höchst funktionaler Vorgang. Denn blieben alle diese Informationen für unsere gesamte Lebenszeit erinnerbar, wäre das Gedächtnis derart mit Irrelevantem überlastet, dass wir handlungs- und entscheidungsunfähig würden. Die Einspeicherung von Erinnerungsgehalten ins Langzeitgedächtnis bewirkt neuronale Verknüpfungen, sogenannte N-Gramme. Damit diese und damit das Erinnerte erhalten bleiben, bedarf es normalerweise wiederholter Wiedererinnerungen, also der Erinnerung von Erinnerungen, eines Vorgangs der Kortikale Konsolidierung genannt wird. Neben der zeitlichen Differenzierung unserer Gedächtnisleistungen ist zweitens eine Funktional Orientierte wichtig. Die moderne Forschung operiert nicht mehr mit der Vorstellung eines einheitlichen Gedächtnisses, sondern unterscheidet verschiedene Subsysteme des Langzeitgedächtnisses, denen dann auch divergente Gehirnareale zuordnet. Erwähnt seien von diesen Subsystemen nur das sogenannte Prozedurale, das Semantische und das Episodische Gedächtnis. Im prozeduralen Gedächtnis werden erlernte körperliche Verhaltensabläufe gespeichert, die dann vollständig automatisiert sind wie das Fahrradfahren und zu ihrer Abrufung keiner bewussten Bemühung bedürfen. Das semantische Gedächtnis ist der Fundus für unser Sprachvermögen und all jene symbolischen repräsentierten Wissensgehalte, die wir ohne Rekurs auf die Kontexte ihrer Entstehung erinnern, wie etwa schulisch erlernte Rechenoperationen. Hingegen werden mit dem episodischen beziehungsweise autobiografischen Erinnern solche Gedächtnisgehalte bezeichnet, in denen auch die Zeit und der Ort ihrer Entstehung eingraviert sind, neben einem Was, also auch ein Wann und ein Wo. Dabei richtet der Erinnernde das Bewusstsein in besonderem Maße auf sich selbst im damaligen situationellen Kontext. Es geht also um Erinnerungen, die von einer Person als Episoden ihrer eigenen Vergangenheit verstanden werden. Aus derartigen Erinnerungen beziehen wir das Gefühl eines kohärenten und unaustauschbaren Selbst. Jedenfalls betrifft die große Irritierbarkeit unseres Gedächtnisses, von denen die spektakulären Fälle falscher Erinnerungen, die wir skizziert haben, künden, vor allem das episodische Gedächtnis und weniger das semantische und noch weniger das prozedurale. Typisch für das semantische Gedächtnis ist nur das Verblassen und Vergessen von Gedächtnisinhalten, wenn sie nicht beständig wiedererinnert werden. Die aktive Umkonstruktion hingegen, die uns bei falschen Erinnerungen Fiktionen als subjektiv unangezweifelte Wahrheiten erscheinen lassen, geschieht vornehmlich beim autobiografischen Erinnern. Zuletzt noch zur dritten kategorialen Dimension, die in der modernen Gedächtnisforschung wichtig geworden ist, zur Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Erinnerungen. Explizite Erinnerungen sind immer sprachlich vermittelt und von einem Bewusstsein für die getätigte Erinnerungsleistung begleitet. Hingegen sind alle vorsprachlichen Erinnerungen im Säuglings- und Kleinkindalter Erinnerungen an sensomotorische Abläufe, aber auch an emotionale Situationskomponenten zum Beispiel impliziter, das heißt unbewusster Natur. Implizit sind auch Erinnerungen des Erwachsenen an frühkindliche Bindungserfahrungen. Unzureichende Bindungserfahrungen etwa samt der ihnen korrespondierenden psychophysischen Reaktionsmuster haben sich zwar dem Gedächtnis eingeschrieben und prägen die Charakterstruktur und typisch wiederkehrende Verhaltensmuster einer Person, sie treten aber nicht über die Schwelle des expliziten Bewusstseins und sind gerade deswegen so resistent gegen Veränderungen. Auch das Abrufen unserer automatisierten Sprachkompetenzen im semantischen Gedächtnis oder die Orientierung an fraglos gültigen Sitten einer Gemeinschaft bezeichnet im Wesentlichen ein implizites Erinnern. Es wird erst dann bewusst, wenn in unserem Gedächtnis beispielsweise ein Wort entlitten ist. Und schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch in unserem autobiografischen Gedächtnis implizite Erinnerungen gespeichert sind, die, wie wir sehen werden, keineswegs jederzeit der Person verfügbar sind. Auch unsere verfügbaren, also expliziten Erinnerungen sind oft von impliziten umlagert und durchzogen. Implizites Erinnern wird also in allen Subsystemen des Gedächtnisses aktiviert. Und es ist bestimmend in den Frühphasen der Ontogenese des Menschen. Der Begriff der impliziten Erinnerung hat die größte Nähe zum klassischen psychoanalytischen Konzept des Unbewussten. Soweit einige differenzierende Hinweise zum Begriff des Gedächtnisses. Im Folgenden werde ich mich ausschließlich auf das autobiografische Erinnern konzentrieren. Ich versuche zunächst eine anthropologisch orientierte Grundcharakterisierung. Unsere Vorstellung von Zeit bezeichnet ein an den Begriffen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgerichtetes lineares Kontinuum, das unumkehrbar ist. Der Zeitpfeil zeigt nur in eine Richtung, vom Gestern ins Heute, aber nicht vom Heute ins Gestern. Einzig die menschliche Erinnerungsfähigkeit vermag den Zeitpfeil zur Umkehrung zu zwingen. Natürlich nicht in der materiellen Wirklichkeit, aber doch in der Wirklichkeit des Bewusstseins. Als Vergegenwärtigung der Vergangenheit, Wiedererleben des Gestern, im Heute in der Innenwelt unserer Vorstellungskraft. Die mentale Zeitreise ins Gestern, die das autobiografische Erinnern ist, kann von starken Gefühlsaktivierungen begleitet sein, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ein derartiges Erinnern immer auch ein distanznehmender Vorstellungsprozess ist. Die Erinnerung lässt den sich Erinnernden auf sich selbst wie auf einen anderen blicken. Sie produziert nach innen gerichtete Wahrnehmungsvorgänge auf ein Objekt, das niemand anders als das wahrnehmende Ich selbst ist. So ist die Abrufung von Erinnerungen des Ich an sich selbst in Begriff des menschlichen Selbstbewusstseins, das sich dabei ständig erneuert. Zwar ist die Rückbiegung des erinnernden Bewusstseins auf den Erinnernden eine mentale Rückreise in die Vergangenheit, aber dort muss nun das erinnerte Ich-Erlebnis seinerseits innerhalb einer zeitlichen Sequenz verortet werden. Diese wenigen Bemerkungen deuten schon an, welch ein anspruchsvoller anthropologischer Prozess das autobiografische Erinnern ist und welche Kompetenzen entwicklungsgeschichtlich entfaltet sein müssen, damit es überhaupt möglich wird. Ohne drei Schlüsselkompetenzen ist es undenkbar. Ein entwickeltes Sprachvermögen, ein entwickeltes Selbstbewusstsein und die Verfügung über einen ausgebildeten Zeitbegriff. Im Kindesalter bilden sich diese Kompetenzen erst langsam empor, was der Grund dafür ist, dass Kleinkinder zum autobiografischen Erinnern noch kaum befähigt sind. Und weil ihnen diese Erinnerungsfähigkeit abgeht, können auch Erwachsene keine Erinnerungen aus diesem Alter wieder erinnern, was der Hauptgrund für die Amnesie ist, die unsere frühe Kindheit trotz ihrer prägenden Wirkung auf unsere Charakterstruktur für uns unverfügbar macht. Die Entwicklung des autobiografischen Gedächtnisses ist ein langwieriger Prozess, der sich bis ins Ende der Adoleszenz hinein erstreckt. Entwicklungspsychologische Forschungen zeigen, dass die Fähigkeit zur Verknüpfung punktueller, individuell bedeutsamer Erinnerungen zu einer linear ausgerichteten, kohärenten Lebenserzählung mit einer plausiblen Eröffnung und Beendigung erst jungen Erwachsenen möglich ist. Wir wollen jetzt genaue Einzelaspekte des autobiografischen Erinnerungsprozesses unter die Lupe nehmen. Zuerst richten wir das Augenmerk auf einen Modus dieses Erinnerns, den die Forschung stiefmütterlich behandelt hat, der aber in der künstlerischen Literatur häufig beschrieben wird und jedem wohlvertraut ist, die ganz ungerufen plötzlich aufgrund irgendeines Reizes, beispielsweise einer Großwahrnehmung auftauchenden Erinnerungen, die Marcel Proust Memoire involontaire genannt hat, von Erinnerungen, um die sich die Person nicht willentlich bemüht hat, sondern die gewissermaßen von außen in sie hineingeweht sind. Oft sind das Erinnerungen an sehr weit zurückliegende Ereignisse aus der Kindheit oder Jugend. Günther Grass hat in einer Rede einmal den aktivischen und diesen passivischen Modus des Sich-Erinnerns in einem Satz zusammengebunden. Er begann die Rede so, Ich-Erinnere-mich oder Ich-Werde erinnert durch etwas, das mir quersteht, seinen Geruch hinterlassen hat oder in verjährten Briefen mit tückischen Stichworten darauf wartet, erinnernd zu werden. Der Satz vollzieht eine abrupte Wende von einer aktiven zu einer passiven Konstruktion zum Ich-Werde erinnert, zum Modus der Memoire involontaire. Was hat es nun mit dieser Variante der Erinnerung auf sich? Während der willentliche Erinnerungsprozess, dass Ich-Erinnere-mich ein aktiv steuerbarer, rein intrapsychischer Vorgang ist, werden im passiven Ich-Werde erinnert, der Memoire involontaire, schlummernde Erinnerungen der Person erst dann wieder wenn sie durch äußere Reize aktiviert werden. Die Erinnerungen sind also impliziter Natur und mit gewissen Sinneseindrücken visueller, akustischer oder geruchlicher Art verknüpft und sie werden erst dann hervorgelockt, wenn konkurrente Sinneseindrücke die Person von außen wieder berühren. Erst ein passender äußerer Reiz setzt die Erinnerung frei, verwandelt sie aus ihrem impliziten Latenzzustand in eine explizite Form. Weil dies ein von der Person nicht steuerbarer und weitgehend auf Zufällen beruhender Vorgang ist, kann man die Memoire involontaire zwar phänomenologisch beschreiben, aber für die empirisch-experimentelle psychologische Forschung stellt sie ein weitgehend unzugängliches Feld Problem der Authentizität unserer autobiografischen Erinnerungen. Ein Problem, das die eingangs beschriebenen Fälle falscher Erinnerungen spektakulär verdeutlichen. Für die Diskussion des Authentizitätsproblems bedürfen wir verschiedener Gesichtspunkte, von denen ich zunächst zwei in den Vordergrund rücke. Denjenigen nach dem Adressaten der Erinnerung und denjenigen nach dem Erinnerungsmedium, sei es inneres Bild oder gesprochenes oder geschriebenes Wort. Marcel Proust's Memoire involontaire beispielsweise kennt zunächst nur die erinnernde Person selbst als Adressaten einer einzig im Medium innerer Bilder spielenden Erinnerung, die durch gewisse äußere Sinnesreize hervorgerufen worden ist. Die Authentizität dieser Erinnerung stirbt für die Person subjektiv völlig außer Frage. Sie wird eines lange nicht mehr verfügbaren Eindruckes in ihr Gedächtnis wieder gewahr, dient gerade seine emotional körperliche Resonanz und seine quasi sinnliche Beschaffenheit – sie ist mit visuellen, geruchlichen oder akustischen Komponenten verkoppelt – als echt, wo er selbst beglaubigt. Derartige Erinnerungen aber sind gewöhnlich flüchtiger Natur. Sollen sie festgehalten und erweitert werden, so müssen sie ausgedrückt werden, wofür man gemeinhin in ein anderes Medium überwechseln muss, ins Medium des Wortes. Die Versprachlichung der erinnerten Eindrücke aber ist eine Übersetzung, die niemals voll auf ihrem emotionalen und sinnlich-somatischen Gehalt gerecht werden kann, was am meisten übrigens für Geruchswahrnehmungen und Erinnerungen gilt, für deren Unterscheidung, obwohl sinnlich eindeutig identifizierbar, die Sprache nur ganz dürftige Mittel zur Verfügung stellt. Christa Wolfs Diktum, wie man es erzählen kann, so ist es nicht gewesen, gilt auch für den Hiatus zwischen der Erinnerung als innerer Bilderfolge und ihrem sprachlichen Ausdruck. Man kann die Versprachlichung des Erinnerten als den Beginn vielfältiger Verwandlungen seines Gehalts begreifen, jedenfalls dann, wenn die Versprachlichung nicht zu einer Verschriftlichung weitergeführt wird. Denn die Verschriftlichung zurrt des Erinnerte in einer ganz spezifischen externalisierten Sprachform fest, einer Form, die jeder Wiedererinnerung Halt zu geben vermag und sie auf eine standardisierte, tendenziell zeitlose Version festlegen kann. Verbleibt die autobiografische Erinnerung dagegen nur im Medium des gesprochenen Wortes und wird sie der Gestalt auch anderen verfügbar gemacht, also in Kommunikationssituationen vergegenwärtigt, dann werden sich zwangsläufig unterschiedliche Versionen entfalten. Drei Aspekte sind im Wesentlichen für diese Versionen bestimmend. Erstens die vermuteten Erwartungen des Gegenüber, jedes erzählende Abrufen einer autobiografischen Erinnerung ist Zuhörer orientiert. Zweitens die aktuelle lebensgeschichtliche Selbstdeutung des sich erinnernden. Jedes erzählende sich erinnern versucht eine Assimilation eines Vergangenen an gegenwärtige Bedürfnisse und Selbstbilder des Erzählers und drittens die zeitliche Distanz der Erinnerung zu den Erlebnissen. Letzteres auch deswegen, weil die Ausdrucksmittel für autobiografische Erinnerungserzählungen nicht konstant bleiben, sondern sich zeitspezifisch verändern. Erinnerungen passen sich auf der Inszenierungsebene ihrer Erzählungen, ihren Rahmungen und in ihren Wertungen immer auch dem jeweiligen Zeitgeist an, was übrigens in wahrscheinlich noch stärkerem Maße für die Wahrnehmung und die Erinnerung von Erinnerungen anderer gilt. Die erzählte Erinnerung wird von demjenigen, der sie aufnimmt, ganz zwangsläufig durch zeittypische Wahrnehmungsmuster gefiltert. Dass autobiografische Erinnerungen in adressatenbezogenen Versionen orientiert an den vermuteten Erwartungen des Gegenüber abgerufen werden, dass wir also verschiedenen anderen andere Erinnerungen und Erinnerungen anders erzählen, nimmt deswegen kein Wunder, weil die Bestätigung durch den anderen für die Selbstbestätigung des Erzählers als eines authentischen Autobiografen wichtig ist. Genauso evident wie die Adressatenbezogenheit der Erinnerungserzählung ist auch ihre Ummodelung im Hinblick auf die aktuellen Bedürfnisse und Selbstbilder des Erzählenden. Jeder von uns betreibt seine eigene höchst individuelle Erinnerungspolitik, die willentlich oder unwillentlich die Vergangenheit der Person in Deutungen aufscheinen lässt, welche das gegenwärtige Selbstbild nicht gefährden. Dass sich Erinnerungserzählungen dem jeweiligen Zeitgeist anpassen, ist besonders bezüglich solcher Erinnerungen anzutreffen und untersucht worden, in denen die Lebensgeschichte des Einzelnen mit dramatischen Phasen der Weltgeschichte verschlungen war, also etwa bei Erinnerungen über den Zweiten Weltkrieg. Vor allem Harald Welzer hat aufzeigen können, dass ihn bemerkenswert viele Kriegserinnerungen Erzählenmuster absichtslos hineingeschmuggelt worden sind, die beispielsweise durch berühmt gewordene Filme oder literarische Erzählungen für ein großes Publikum zur Nutzung bereitgestellt waren. Und dass die unterschiedlichen Nachkriegsbewertungen des Nationalsozialismus, die unterschiedlichen Varianten seiner Markierung als böse, autobiografische Erzählungen aus dieser Zeit nicht unberührt lassen können, versteht sich von selbst. Bisher war ausschließlich von individuellen Erinnerungen die Rede. Immer wieder aber wurde dabei zumindest angedeutet, dass zeitgeisttypische kollektive Erzählenmuster oftmals prägend in individuelles Erinnern einfließen können. Damit ist bereits das große Thema der kollektiven Erinnerungen angesprochen, das in seinen Besonderheiten noch mit einigen abschließenden Bemerkungen profiliert werden soll. In der Literatur werden gemein zwei Grundformen eines Wir-Gedächtnisses unterschieden, die man kommunikatives und kulturelles Gedächtnis genannt hat. Das kommunikative Gedächtnis einer Gruppe umspannt einen Zeitraum von drei bis vier Generationen und bezieht sich auf kommunizierte Erinnerungen von Erlebnissen innerhalb dieser Gruppe. Über die Generationenschwellen hinweg weitergegeben, gewinnen sie in gewissen, oft wiederholten Erzählungen eine feste Form, aus der die Gruppe ihr Wir-Gefühl, ihre Identität bezieht. Prototyp des kommunikativen Gedächtnisses ist das Familiengedächtnis, das sich in Stereotyp wiederholten Erzählmustern mit oftmals fiktional variierten Beigaben erneuert. Das kollektive kulturelle Gedächtnis ist zwar mit dem Kommunikativen durch Übergänge verbunden, bezieht sich aber auf weit größere Gruppen und hat eine weit größere Alltagsferne und historische Ausdehnung. Es verfestigt sich in Geschichtserzählungen und Ritualen, in denen sich Großgruppen wie die Deutschen oder ganze Kulturkreise wie Europa, das Abendland oder der Westen als spezifisch geprägte Einheiten, als imaginierte generationenübergreifende Kollektivsubjekte in Abgrenzung zu anderen deuten. Zwar sind in der jeweiligen Gegenwart derartigen Narrative nie vollkommen eindeutig und es zirkulieren immer unterschiedliche Versionen, aber es gibt auch zeitgeisttypische Hegemonialformen, die, obwohl durch die Wissenschaft mitgeprägt, in ihren Selektionstechniken und Wertungen doch primär geschichtspolitische Produkte sind. Sie ranken sich um gewisse Schlüsselbegriffe und Mythologeme, an deren Inkrustierung im Bewusstsein der Zeitgenossen ihre fortwährende Nutzung durch Ideologie-Kollektive und die Massenmedien einen großen Anteil hat. Grundsätzlich gilt, und das wird selten in voller Klarheit gesehen, dass allzu enge Analogien zwischen dem kollektiven kulturellen Gedächtnis und dem individuellen Gedächtnis schnell auf Holzfäge führen. Worte wie Erinnern, Vergessen oder Verdrängen sind im strikten Sinn nur auf das Ich, nicht aber auf das kulturelle Wir-Gedächtnis anwendbar. Denn sie beziehen sich auf Selbsterlebtes, während das kulturelle Gedächtnis einer Nation beispielsweise im Wesentlichen aus Deutungen besteht, die in der Gegenwart über nicht erlebte Vergangenheiten entworfen werden. Das kollektive kulturelle Gedächtnis hat also einen ganz anderen Konstruktcharakter als das individuelle Gedächtnis. Jedenfalls sollten Begriffe wie Erinnern, Vergessen und Verdrängen im Kontext des kollektiven kulturellen Gedächtnisses wegen dieser grundlegenden Differenz eigentlich immer in Anführungszeichen gesetzt werden und sind hier auch nur so gemeint. Mit diesem Vorbehalt versehen lässt sich aber doch die These vertreten, dass Falsches Erinnern im kollektiven kulturellen Gedächtnis weit verbreiteter als im Individuellen ist. Kollektive können identitätsstiftende Bilder über ihre Vergangenheit zurechtmodeln, die, an wissenschaftlichen Ansprüchen gemessen, schlicht falsch sind. Gerade in der jüngeren Vergangenheit sind hysterisierte Aufladungen kollektiver Gedächtnisse entstanden, in denen imaginierten Kollektivsubjekten wie den Frauen, den Deutschen, den Muslimen oder den Juden eine Geschichte zugeschrieben wird, die vollkommen einseitig, wesentlich aus Begriffen des Opfer oder des Täterseins erschaffen wurde. Derartige Fiktionen über die Vergangenheit haben aber sehr reale Auswirkungen auf gegenwärtige Kollektivbefindlichkeiten und können politisch handlungswirksam werden. Beispielsweise sind im Westen in der jüngeren Vergangenheit geschichtspolitische Zerrbilder mächtig geworden, die die abendländische Kultur der Vergangenheit ausschließlich als eine Täterkultur, eine Kultur der Unterdrückung nicht westlicher Kulturen ausmalen. Ein derartiger Schuldkult hat Entschuldigungen westlicher Politiker in Entwicklungsländern zu einer allseits beliebten Geste werden lassen, die bei deutschen Politikern häufig mit Angeboten finanzieller Abbitten kombiniert auftreten. Grotesker Höhepunkt solcher imaginierter Schuldbefindlichkeiten war die Rückgabe angeblich zu Kolonialzeiten geraubter Holzskulpturen durch unsere wunderliche Außenministerin an ein schwarzafrikanisches Land, in dem diese Geste freilich nur Amüsiertes Befremden auslöste. Das kulturelle Gedächtnis von Großgruppen kann durch Prozesse eines heilsamen oder schädlichen Vergessens geprägt sein. Heilsam kann ein kollektives Vergessen dann sein, wenn es sich auf historische Ereignisse bezieht, die ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Kollektive in der Gegenwart ausschließen. Schädlich für eine demokratische Kultur hingegen ist ein kollektives Vergessen der opferreichen historischen Kämpfe für republikanische Ordnungen ihrer leidvollen Entstehungsgeschichte. Ein derartiges Vergessen setzt grundlegende Freiheitsrechte und das zukünftige Schicksal ganzer Völker und Kulturkreise aufs Spiel. Genau diese Variante kollektiven Vergessens hat sich aber in westlichen Gesellschaften immer stärker verbreitet. Und zwar in Verbindung mit einer zweiten höchst schädlichen Komponente kollektiver Erinnerung. Der permanenten kollektiven Selbstabwertung der eigenen Vergangenheiten, die im deutschen Schuldkult eine unübertroffene pathologische Endstufe erreicht hat. Wenn aber im kollektiven kulturellen Gedächtnis das Wissen um das opferreiche historische Gewordensein republikanischer Freiheiten vergessen wird und zugleich die Kraft zur kollektiven Selbstachtung verpufft, werden in den Auseinandersetzungen mit identitätsstarken fremdkulturellen Kollektiven, die sich in Europa zukünftig intensivieren werden, grundlegende Freiheiten, die man für unverlierbar hielt, verschwinden. Es gibt Pathologien des individuellen und des kollektiven Erinnerns. In den westlichen Gesellschaften hat sich ein kollektives kulturelles Gedächtnis etabliert, dessen Narrative in die kulturelle und gesellschaftliche Selbstzerstörung führen. In unserer Reihe Audimax das Kontrafunk-Kolleg hörten Sie einen Essay von Dr. Friedrich Pohlmann zum Thema Individuelles und Kollektives erinnern über die Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.